Noch ist das Ostseestadion leer, aber am Sonnabend. Da spielt dort Hansa Rostock um den Aufstieg in die 2. Liga. Und voraussichtlich werden 7500 Fans mit dabei sein dürfen. Eine Empfehlung mehrerer Minister, der Landespolizei und des Vereins. Die endgültige Entscheidung fällt dann morgen im Kabinett. Und unser Sportchef Clemens Paulsen ist zu uns gekommen. Schön, dass du da bist. Was sind denn nun die entscheidenden Argumente eigentlich, dass so eine große Anzahl von Zuschauern rein darf? Die entscheidende Form, glaube ich, die da heute gefunden wurde, ist, wer nicht draußen ist, ist drinnen. Oder umgekehrt noch besser, wer drinnen ist, ist nicht draußen. Das heißt, die Zuschauer, die zugelassen werden, morgen ja die endgültige Entscheidung im Kabinett, die werden getestet sein. Das sind 7500 Leute, das ist der Vorschlag. Ich kann dem schon ein bisschen folgen, zu sagen, viele Leute im Stadion bedeutet, dass wenig draußen sind. Man kann sie besser kontrollieren im Stadion. Das klingt jetzt nicht gerade schön, aber es ist wirklich so. Deshalb ist die Entscheidung so, glaube ich, erst mal, wenn sie denn morgen so gefällt wird, im Grunde genommen richtig. Also da gibt es aber schon ein paar Befürchtungen. Denn Hansa-Rostock-Fans haben ja am Wochenende gezeigt, mit der Autobahnblockade, was zu erwarten ist nach dem Spiel. Und die 7500 Fans, dabei wird es ja nicht bleiben. Das war, um es gelinde zu sagen, natürlich kontraproduktiv. Das war eine Wahnsinnsaktion, was die Fans sich da auf der A9 in Bayern geleistet haben. Auf der anderen Seite ist es jetzt aber auch so, dass natürlich vermutet wird, dass auch Fans vor dem Stadion stehen werden. Es gibt ja Appelle, sich sportlich, sich fair zu verhalten. Man weiß gar nicht, wie viele Leute am Ende vor dem Stadion sein werden. Aber noch einmal, der Plan ist, 7500 ins Stadion zu lassen, um eben nicht so viele draußen zu haben vor dem Stadion. Das ist eine vernünftige Idee. Und wer bekommt diese Eintrittskarten? Wie werden die verteilt? Es geht erst mal nur darum, in Stadion kommen ohnehin nur die Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet sind. 3.400 Dauerkartenbesitzer, die werden dann natürlich erst mal bevorzugt behandelt. Die werden gefragt, ob sie dann mitmachen wollen. Der Rest wird dann unter den Mitgliedern verteilt. Morgen wird es eine Pressekonferenz geben, unter anderem dann auch mit dem Vorstandsvorsitzenden Robert Marien. Da wird das Verfahren dann noch mal ganz genau erklärt, wie die Karten verteilt werden, die natürlich ganz klar heiß begehrt sind. Wie sieht denn eigentlich jetzt die sportliche Ausgangslage für den das noch nicht weiß aus? Ich glaube, die meisten wissen es, die Hansa-Fans sowieso. Gewinnt Hansa Rostock, sind sie durch, spielen sie unentschieden eigentlich auch. Das hat dann was mit dem Torverhältnis zu tun. Es könnte sogar sein, dass Hansa verlieren kann, wenn Ingolstadt zeitgleich auch verliert gegen 1860 München. Das Ganze hin- und hergeschiebe mit dem Rechenschieber völlig egal. Wenn Hansa gewinnt, sind sie durch. Okay, da drücken natürlich ganz, ganz viele Leute sicherlich die Daumen. Das glaube ich auch. Herr Clemens Pausen, vielen Dank für deinen Einblick und all die Informationen.